Hallo Youtube und willkommen bei einem kleinen Minecraft Video. Wir sind hier auf meinem Minecraft Bucket Server, Hamashi Bucket. Ich habe mich gestern mit einem Member, Patrick, vielen Dank nochmal dafür, habe ich gestern zwei große Gebäude gebaut. Und die wollte ich euch einfach nochmal zeigen, weil die wirklich gut geworden sind, meiner Meinung nach. Das kann ja sein, dass es euch nicht gefällt. Dann sagt man warum oder was man verbessern könnte, aber das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Wie ihr vielleicht frühstwahrscheinlich schon sehen könnt, das ist die Kirche, die wir gestern gebaut haben. Wie man auch hier schön auf der Minimap sehen kann, hier oben, dass die riesengroß ist. Und der Anblick, der ist einfach geil. Ich führe euch ein bisschen rum, aber ich sage jetzt dazu auch nichts viel. Hier sind die Reihen, es gibt 18 Reihen, rechts und links. Ein roter Teppich. Und den Teppich auch nochmal, und den Altar nochmal, ein roter Teppich. Hier ist der Altar. Und das Ganze von oben sieht noch viel geiler aus. Da. Hier noch ein bisschen, hier noch ein kleines Taufbecken. Ja, ähm, das war's auch schon. Das ist, das war's jetzt mit dem ersten Video. Das war die Kirche. Das zweite Video folgt, könnt ihr, oder werde ich vielleicht verlinken, weiß ich noch nicht. Das, ähm, wird das Rathaus sein. Also, danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren und abonnieren. Alles klar, Leute. Haut rein. Ciao. Ähm, ja, ich hab irgendwas völlig vergessen. Ich wollte das eigentlich nochmal in der Nacht zeigen. Und das mach ich jetzt nochmal schnell. Na, komm. Das sieht alles so von oben hier aus. Die Fenster. Jetzt dauert das ein bisschen, wenn ich nicht schneller fliegen kann. Also, wenn ihr auf meinem, äh, Server wollt, dann kann ich auch gerne nochmal hier den, äh, die Daten von der Maschi in den, in die Beschreibung stecken. Aber die sind auch alle bei, äh, den Let's Play Together Minecraft Videos von mir und Jana. Da, äh, könnt ihr euch auch nochmal gucken, ob euch unsere Videos mit Let's Play Together Minecraft gefa- äh, gefällt. Genau. Jo, das war's auch noch schnell. Wollt ihr es nochmal zeigen. Aber dann, ja, das war's auch wieder. Gut, macht's gut. Ciao. Ciao.